Angeblich auf der AU gibt es die reichlich. Nur die hauen immer ab. Das ist der Einzige, der immer kommt. Die können auch richtig zubeißen. Ja, das glaube ich. Ja, aber was willst du denn da? Fischmähen oder was? Nee, das ist einfach so ein Biskuitenteig. Ach so. So, jetzt, wo? Siehst du, deswegen, der will das nur mit der Hand nehmen. Guck dir den Kerl an, du. Jetzt schleppt er die Karotte ins Wasser. Ja, das ist halt euer Eimer leer. Ja, der hat das extra abgemacht, weil ich gezogen habe. Wie lange sitzt das schon bei euch? Ja, das ist vor fünf Minuten gekommen. Okay. Aha. Wir suchen den die ganze Zeit. Ich habe gesehen, dass das irgendwas, der Eimer unten da steht. Ja, ja. Und schmeckt's? Auch rennt er mir mit ins Pin. Der hat ja so gefuttert. Nicht jeder, die frisst. Der ist ja geil, der Kerl. Du, was ja trotzdem das Wasser hat. Der ist ja geil, der Kerl. Lass es kaputt. Ob er das Binn, soll ich es auch frisst? Wie hübsch. Ein Gold ist ein kleines Haus. Wie der das so festhält. Ja klar. Deswegen hat er doch die Finger. Jetzt sitzt er hier bei der Angler und wir gehen den suchen. Jetzt weiß es, er fertig ist. Da holt er die nächste. Ja, das kann sein. Wir werden es gleich sehen. Aber es scheint ihn zu schmecken. Ja, wir haben ihn noch. Das ist nicht so gut. Haben Sie schon was getan? Ja, das ist gut. 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 Was macht der mit dem großen? So, den letzten Rest hat er jetzt. Kappen? 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 Wo ihr was macht da denn jetzt? Oh, ich hab noch jetzt. Komm her. Kpass. Kack mal. Kój hin, hol's. Kuss, hol's. Ihrst keine Angst. Holt's. So. Brauchst du die Angst haben, weil der hat sich nur auf das abgesehen. Die Säge. Wird er nie zubeißen. Aber zu schön, wie der das wisst. Das Grünscher hat auch weggeputzt. Ist gebaff. Ja, jetzt kommt er jeden nach. Jetzt kennt er einen schon. Schmeckt's? Schmeckt's? Das ist reißig. Das ist nicht reißig. Nee, was weiß ich nicht. Das ist ein Schuss. Ich weiß nicht, was weiß ich nicht. Schmeckt's? Untertitelung des ZDF, 2020